Michael. 1996 hat er das erste Mal Heroin genommen. Seine Drogen muss er in den Konsumraum im Frankfurter Osten selbst mitbringen. Ansonsten bekommt er alles, was er für den Schuss braucht. Das sind saubere Utensilien für die Nutzung. Eine frische Spritze, eine frische Nadel. Sachen, um die Stelle zu reinigen vor der Injektion, einfach um Infektionen zu verhindern. Ein Grund, warum auch Michael den Druckraum nutzt. HIV-Infektionen bei Drogenabhängigen beispielsweise sind in den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Erstens ist hier alles hygienisch und man bekommt immer neues Besteck und ist einfach nicht so gefährlich. Warum ist es auf der Straße gefährlicher? Ja, weil da einfach Dreck und Unrat ist und da kann man sich leicht infizieren oder eigentlich auf diesem Grund. Anfang der 90er waren noch deutlich mehr Drogenabhängige auf Frankfurts Straßen zu sehen als heute. Mit Hilfe von Süchtigen wurde 1994 daher der erste Druckraum hergerichtet. Damals ein Pilotprojekt. Mittlerweile gibt es in Frankfurt vier Druckräume. Ein Modell, das Schule gemacht hat. Wir wissen, dass bundesweit dieser Frankfurter Weg gegangen wird und nicht nur da, sondern auch international. Ich bin vor zwei Monaten in Prag gewesen und dort haben wir mit unserer Partnerstadt Prag und mit Wien und mit Berlin den Frankfurter Weg diskutiert, der jetzt in Prag kopiert wird. Im Druckraum herrschen klare Regeln. Kein Kauf und Verkauf von Drogen mit offener Nadel darf nicht rumgelaufen werden und nur Abhängige, die schon lange süchtig sind, dürfen rein. Schließlich soll keiner an die Nadel geführt werden. Hier ist man auf jeden Fall im geschützten Raum. Wenn mal irgendwas passiert, wenn man sich mal vielleicht vertut oder mal gutes Material vielleicht erwischt und ich denke, dann ist man hier in so einem Druckraum eigentlich besser aufgehoben, weil die Leute auch alle vom Fach sind und geschult sind. Gutes Material, damit meint er besonders reines Heroin, das zur Überdosis führen kann. Im Gegensatz zur Straße kann im Druckraum dann erste Hilfe geleistet werden. Das Ergebnis? Deutlich weniger Todesopfer. Die Zahlen sind rapide runtergegangen von 200 im Jahr auf jetzt 20, 30 im Jahr. In den Frankfurter Konsumräumen gab es keinen Todesfall, seit wir hier sind, weil halt immer jemand da ist, um aufzupassen. Also wenn etwas vorfällt, sind wir gleich da, die Mitarbeiter, um zu helfen. Das 1994 höchst umstrittene Projekt, so gesehen eine Erfolgsgeschichte, auch in Zukunft. Der Bestand wird so bleiben und wir feiern dann in 10 Jahren den 30-Jährigen und dann in 20 Jahren den 40-Jährigen Bestand. Das Ziel auch weiterhin, von den Druckräumen aus möglichst viele Abhängige an Hilfsangebote vermitteln, damit die vielleicht irgendwann weg von der Nadel kommen. Der Bestand wird so bleiben. Vielen Dank.